Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Episode von Secure Shadows Die Toys. Willkommen zu Hamster und... Hamstermama. Hamstermama. Ja, und in der letzten Runde sind wir durch die Mönche gebrochen und haben uns hier den Berg hochgearbeitet, auf dessen Spitze bestimmt ein fantastischer Preis auf uns wartet. Hoffentlich ein schöner Ausblick. So, letztes Mal sind wir durch den Tunnel gegangen. Das war irgendwie nur so mäßig toll, weil wir uns da alle gesehen haben und von allen Seiten angegriffen haben. Ja, und so beschlossen. Das Mal sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Oh, ich sehe gerade, wenn man es häufiger hintereinander wechselt, dann schwingt er seinen Arm nicht nur nach hinten, sondern... Und jetzt wartet. Aha. Wenn man es häufiger hintereinander macht, dann schwingt er vor und so. Fuck! Du Bastard! Okay, okay, die können auch ausreichen. Und jetzt Viecher. So, da unten sind noch zwei, aber die müssen wir jetzt eigentlich nicht nochmal besiegen. Wow. Hm, ist ja da einfach hochgesprungen. Hm. 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 Okay, schön, muss ich sagen. Haben sie schön platziert, diesen Gegner. Und in einer Stresssituation, wo man unter Umständen noch für den anderen gesehen worden wäre. Oh, da geht es auch weiter. Siehst du es da links? Ja. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Anscheinend über diesen Baum. Ah, ne, da, da kann man wohl runterspringen. Vermute ich jetzt mal. Bin so froh, dass man in diesem Spiel nicht sofort stirbt. Wenn man irgendwo runterfällt. Also ich meine, man stirbt schon, aber man verliert eigentlich dadurch nur ein bisschen Lebensenergie. Uh, da sind wir. Die Frage ist nur, wo sind wir? Ja, da sind wir hier. Hm, 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 hm. Kommen wir da irgendwo hin? Mhm. Ah ja, doch da oben. Okay. Schön, schöne Gegend, hat mir gut gefallen. Geht es hier auch weiter? Wenn wir da rüberspringen. Ich glaube nicht, dass das geht. Ja, ich habe die Grafik jetzt schon entdeckt. Ah, ja, ich sehe ihn auch. Geht es zum Teil. Ja, danke, ich hoffe es nicht Corona. Ich auch nicht, sonst hätte ich es auch. Perfekt. Und damit sind alle glücklich. Gut, wir springen mal weiter. Ja. Ich mag das wie die Baum, also die Wurzeln oder was auch immer das ist. Warum auch immer ein Baum so aus der Wand, aus dem Berg wächst, ist es mir ein Rätsel, wenn ich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke. Also man hat gerade gesehen, dass er eigentlich nur auf die Wand gesetzt wurde. Dass er nicht aus dem, aus der Wand gewachsen ist, sonst würde er anders aussehen. Ja. Okay, da geht es rein. Okay, da sind auch wieder diese, diese Rädchen. Ah, und auch diese japanischen, ähm, Oji-Sosama. Oji-Sosama, richtig. Das erinnert mich an Japan. Ja, auf jeden Fall. Da oben ist doch bestimmt irgendwas. Ich meine, klar ist da irgendwas, aber das sieht doch total nach einem Gegner aus. Oh. Da ist ein Idol. Da ist ein Idol. Red and white pinwheel, a small pinwheel made of red and white paper. Ah, every... Everyone is right here. Jeder ist hier. Möglicherweise ist das genau das, was dieser eine weinende Typ will. Vielleicht ist das die weiße Blume. Hm. Du kannst es auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Okay. Hm. Und da hinten geht es offensichtlich weiter. Aber vermutlich von der anderen Seite. Du kannst auf jeden Fall mal nach deinem Idol gucken. Ah, und hier geht es runter. Oder sollen wir erst mal zum Idol? Gehen wir erst mal zum Idol. Da ist es. Die Frage ist, ob du von hier überhaupt da hinkommst. Aber wir werden schon sehen. Ja, das sieht aus, als gibt es hier auf jeden Fall einen Kampf, würde ich sagen. Also, wenn etwas nach Kampf aussieht, dann das. Hm, ja. Aber man sieht schon da hinten die Nebelwand. Ja, dann kommst du wohl noch nicht zu dem Idol. Ah. Hier komme ich auch nicht mehr raus. Armored Warrior. Du machst schon wieder gar keinen Schaden. Ja, nur Ausdauerschaden. Woe. 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 Oh, der hat ganz schön zugehauen. Oh, fuck, 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 oh nein, verdammt, ich hätte einen Mikiri-Counter machen können. Und zwar den hier. Oh, verdammt, jetzt wird er wieder wild. Ich bin ein Idiot, ich hätte ihn so first trainen können. Aber du hast es zumindest nicht weit. Das ist ganz gut. Haha, witzig. Moment, welche Waffe wird hier vielleicht was taugen? Du willst es noch mal probieren? Ja, den kriegen wir kaputt. Da bin ich recht zuversichtlich. Wir können es auch mal mit dem Feuer probieren. Und mit Feuer meine ich mit dem Öl. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Ich glaube, wir können ihn nicht anzünden. Vermutlich nicht. Obwohl das Eisen eigentlich heiß werden würde. Unter normalen Umständen. Ouch, ouch, ouch. Okay. 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 Schöne Aussicht hier. Und es ist Herbst und Herbst in Japan ist bekanntlich sehr schön. Herbst ist so schön. So, wo ging das hin? Hier unten, oder? Und da sieht man auch schon die Haken, um wieder hochzukommen. Ja, und da geht's lang. Okay, genau da müssen wir hin. Eine kleine Sprungpassage. Aber du kannst auch auf den Baum springen. Schon gesehen? Nee. Da kann man sich nur dran entlang schwingen. Das nenne ich mal Parkour. Prince of Persia ist ein Scheiß dagegen. Für alle, die das kennen. Oh, das hat richtig viel Lebensenergie zurückgebracht, der Deathblow. Merk ich gerade. Ich dachte, an diesen weißen Wänden kann man sich doch auch so hochspringen. Das müssen wir hier bestimmt auch tun. Ah, das ist die andere Seite. Oh, das sieht doch aus wie eine weiße Pflanze. Ja. Small pinwheel made of white paper. Only the child is right here. Ah, das weiß-rote, das waren alle. Aber das weiße ist nur das Kind. Interessant. Interessant. Yay, hey, hey. Das mit der Lebensenergie zurückbekommen ist gar nicht schlecht. Jetzt bin ich froh, dass ich das ge-skilled habe. Gut, seien wir ehrlich. Ich hätte haufenweise farmen können bei Bedarf. Und dann hätte ich sowieso schon alle Skills, aber nein. Hey, Lebensenergie. Hey, Lebensenergie. Hey. Okay. Das hört sich an nach Gegner. Monkey Boos. Also Affen-Schnaps oder so. Okay, Alkohol. Der, der erzeugt worden ist durch Tau, der in einen hohlen Baum gegossen worden ist. Okay. Früchte, die von Affen in hohlen Bäumen versteckt werden, können manchmal fermentieren und werden und sich so in Sacke verwandeln. Ah, das ist für unseren Skulptur. Der steht ja voll auf Sacke und wird jedes Mal freundlicher. Ich verstehe nicht. Hm, hier bin ich. Er sieht nichts. Oh, der ist ja richtig Wolverine-mäßig drauf. Mit Klauen. Und ein bisschen verkommen. Nur ein bisschen. Ganz, ganz dezent. Hm. Oh, ich kann noch zoomen. Das wusste ich gar nicht. Okay, der hat überall Klauen angebracht. Und lauter Kugeln um sich herum. Hm. Kein super geiler Typ, muss ich sagen. Aber Schießpulver für uns. Oh. Interessante Form. Ja, du bist schon ein geübter Gamer. Bambam. Bambam bambam. Shinobi, Notfall, Fluchtroute. Hiermit kommt man zur Dämonenglocke. Okay. Die haben echt wirklich eine Menge Geheimgänge hier eingebaut. Oh nein. Aha. Willst du wirklich nochmal gegen ihn kämpfen? Das ist ein anderer. Sicher? Ja. Natürlich, wir sind ja in einem anderen Ort. Du bist doch schon wieder zu Ashina Outskirts gekommen. Das stand doch extra dabei. Aber wir sind doch jetzt extrem hoch auf einen Berg hochgelaufen. Das muss woanders sein. Aber es war doch wieder das Anfangsgebiet. Das war doch angeschrieben. Guck mal, da ist das Idle, was wir gesehen haben. Ja, da ist es. Gut, dass wir erst zum Idle gegangen sind. Auf jeden Fall. So, Ashina Outskirts. Ist das wirklich so eine Art Geheimgang? Ist dann doch Geheimgang dabei? Ich kann die Glocke lesen. Do not ring this bell. Sollen wir die Glocke läuten? Natürlich läuten wir die Glocke. Sollen wir die Glocke läuten? Okay, das ist ein Gegenstand. Der sorgt dafür, dass die Gegner stärker werden. Aber man bekommt mehr Gegenstände dafür. Und man kann es dadurch entfernen, indem man es benutzt. Brauche ich das beim ersten Playthrough? Ich glaube nicht. Okay. Gibt es da eine Abkürzung drüber? Hm. Ich meine, irgendwann müssen wir versuchen, diese kopflosen Typen kaputt zu machen, aber... Vielleicht später. Müssen wir jetzt wieder hier diesen Weg zurückgehen? Schadlich. Also was mir definitiv aufgefallen ist, dass es sehr viele Punkte gibt. Also sozusagen, es gibt sehr viele Idols. Und die Wege zum Boss sind tatsächlich sehr kurz meistens. Ich bin niemals so gestern. Es ist europäisch. Ich bist. Ich bin niemals verstanden. Moment, da ist noch der Gegenstand. Kann ich mich da nicht hineinhängen? Geht's von hier? Hä, wird's, äh? Fuck. Drückst du den richtigen Knopf? Ja. Okay. Hä, sobald ich springe? Geht nicht. Ist es weg? Ja. Warum denn das denn? Hier? Hm. Muss ich schon so machen? Ja. Ja. Ja, von da muss ich's machen. Aber ich brauch die richtige Position. Da müssen wir hin. Das hat nicht funktioniert, weil... Das war durchgestrichen. Hast du's nicht gesehen? Ja. 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 Ich bin sehr glücklich darüber, was hier passiert ist. Das glaube ich. Sofort. Ich dachte, man kann dann direkt weiterspringen, aber es sieht nicht so aus. Das heißt, wir müssen an das nächste, dieses Teil da. Ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Einmal können wir es noch probieren. Ja, gehen wir woanders hin. Oh. Gehen wir noch irgendwo anders hin. Auf jeden Fall. Wir haben bald ein Level-Up. So, wie weit sind wir drin im Video? Ich habe deutlich später Aufsteiger drückt. Dann würde ich sagen, ich denke, das ist auch ein ganz guter Ort, um hier Schluss zu machen. Immerhin haben wir wieder einen Boss besiegt. Ja, stimmt. Von dem es haufenweise gibt. Das finde ich auch ganz nett. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Und zwar bei den Templegrounds. Und dann werden wir prüfen, was es hier noch so alles gibt. Warum auch immer wir hier hingehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.